Aufstiegsfeiern, die haben in Nürnberg längst große Tradition. Beim Klub und auch bei der Sportvereinigung Mögeldorf. Gleich sechs Jugendmannschaften sind im letzten Jahr aufgestiegen. Respekt, da kann vielleicht auch der Klub noch was lernen. Dachte sich wohl auch Trainer Michael Kölner und hat Mögeldorf zum Partnerverein gemacht. Wir sind immer mal wieder aufgrund der Nähe der ein oder anderen Spieler mal abgewandert. Und damals war der Kölner ja noch im Nachwuchsleistungszentrum Chef sozusagen. Und dann haben wir irgendwann Gespräche geführt. Wir können Trainer zu der Ausbildung zum Klub schicken. Erstklassige Trainerausbildung. Davon profitiert vor allem der Nachwuchs. Die D-Jugend, also die unter 13-Jährigen, sind letztes Jahr in die Bezirks-Oberliga aufgestiegen. D-Jugendliche bedeutet Goldners Lernalter. Die sind jetzt auf der Höhe von ihren koordinativen Fähigkeiten, lernen sehr gerne. Das heißt, jetzt ist eigentlich der Schwerpunkt auf Technik. Dribblings, Pässe, Torschüsse. Coach Harald Winter setzt voll auf das Training mit dem Ball. Keanu ist eines seiner Top-Talente. Er träumt sogar von der ganz großen Karriere. Ich würde am liebsten beim Klub Profi werden und habe da auch eine Anfrage bekommen. Und werde vielleicht nächstes Saison dorthin wechseln. Und dann hoffe ich, dass sich das gut entwickelt und ich da Profi werde. Profifußballer zu werden in Deutschland ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil die Konkurrenz natürlich wahnsinnig groß ist. Da gehört sehr viel Glück dazu. Verletzungsfreiheit gehört dazu, um da wirklich groß rauszukommen. Die Profikarriere ist auch das Ziel von Amelie. Als einziges Mädchen spielt sie mit den Jungs in einer Mannschaft. Freiwillig, denn für das Mädchenteam ist sie einfach zu gut. Und noch hat sie körperlich keine großen Nachteile. Über nächstes Jahr, glaube ich, wird es nicht mehr klappen. Dann muss ich zu den Mädchen wechseln. Aber es wurde von den DFB-Trainern auch gesagt, dass man so lange wie möglich bei den Jungs spielen soll, weil man da besser gefordert ist. Die Sportvereinigung, ein Verein für Talente und für ganz normale Hobbyspieler. Es gibt im gleichen Jahrgang immer zwei Mannschaften, die so leistungsorientiert arbeiten. Aber derjenige, der dann vielleicht sagt, Mensch, mir ist andere Dinge wichtig, Freizeit, dann kann er hier auch nochmal zwei Mannschaften finden, wo wir eben eher diesen breiten Sportgedanken leben. Schon mit vier Jahren geht's los, bei den Bambinis. Auch Christoph Ubrich hat hier angefangen, vor 17 Jahren. Jetzt spielt er in der ersten Mannschaft und ist Trainer der B-Junioren. Ich bin jetzt nur vier Jahre älter. Der Abstand ist nicht so groß. Ich steche auch meistens nicht raus, aber trotzdem macht mir viel Spaß. Es ist einfach eine große Familie und es ist echt besonders hier. Denn oft geht es beim Fußball nur ums Geld, auch im Amateurbereich, in den buntersten Liegen. Ich bin einfach der Meinung, dass diese Geldgeschichte bis zu einer Bezirksliga nichts zu suchen hat. Weil wenn man so den einen oder anderen Spitzenspieler dann holt, dann mag man da vielleicht was investieren. Aber die eigenen, die eigentlich am Verein dahin gebracht haben, wo er ist, wo er steht, die sind dann meistens die, die ein bisschen in die Röhre gucken. Nicht so in Mögelkauf. Hier wird alles in den Nachwuchs investiert. Mit großem Erfolg. Für den eigenen Verein und für den Partner 1. FC Nürnberg.